So, und willkommen zu The Legend of Zelda, Ocarina of Time, Masterquiz. Wir sind hier stehen, gibt ihn, versuchen jetzt irgendwie, da unten den Weg wegzubomben. MAAAAT! Das tut mir weh. Und haben hier schon ein bisschen zu Don't Go's Dungeon erforscht. Puh! Dann expliziere ich doch. Scheiß Donnerblume, ey. Will dich nicht von mir werfen lassen. Nein, 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 nein. Fick dich. Fick dich ganz tief und fest. Das war nicht sehr nett, von denen. Mann, no. Die haben mir weh getan. Darf ich weinen? ja ja das haben wir schon gelesen na wie er braucht ihr nicht hinzugehen kommt nimm dir einfach die donnerblume und jump runter ich werde ja gerade ein bisschen beklat ein bisschen ist gut ein bisschen ist sehr gut ein bisschen viel wahrscheinlich muss ich mich nur von hier oben richtig hinstellen und dann einfach nur werfen selbst das kriege ich noch nicht mal auf die reihe man bin ich schlecht so hat auch funktioniert auch wenn ich halb tot bin ist mir scheißegal lasst mich ich gehe weinen habt ihr ein paar herzen für mich ich will herzen haben komm das zählt das zählt das zählt nicht gut finde ich dahinter jetzt das item bitte fick dich darum will ich nicht ne will ich nicht mal gucken ob wir darunter finden unter den stein ich bin nicht begeistert nein ich will ich werde ein paar hp habe ich schon mal gesagt dass ich das doch schon ein bisschen mobber ich werde mir mal ein bisschen was wow du bist groß ich will nicht getroffen werden ich glaube weil dann das tut weh ich um ja lass mir was zum heilen dankeschön sehr genetisch ähm ja ah ich hier stehe das war schlecht leider war gut boah bin ich gut warum hat das nicht funktioniert fragezeichen kurios versteht ihr das ich verstehe es nicht oder muss man da hingucken damit das funktioniert weiß das zu viel jemand das will mich interessieren ob das einer von euch weiß ich werde die angegriffen und die explodieren die machen kaboom und noch mehr da aufgetrickst stech ins knie jung Ah, es sind auch schon wieder zwei von den Motherfucker Kommt her Kommt spielen Hehehe Tschö Kommt her und spiel mit mir Kommt, feige Sau Ich weiß, du willst es auch So tot Jetzt komm her Du weißt genauso gut wie ich, dass du mich keine Chance hast Also komm her So, ich gewinne, du verlierst Alles sind glücklich und zufrieden Was wollen wir denn noch mehr Aber viele Sachen dürfte es sich eigentlich auch nicht mehr geben Ähm Ähm Ja Wie Okay, da können wir nicht rein Mach kabu Mach mir den Weg frei Wir gucken trotzdem erstmal, was es hier so noch gibt Weil da scheinen wir ja lang zu müssen, oder? Ich guck mal kurz auf der Karte nach Das eine sieht nach einer Sackgasse aus Und was sagen wir zu Sackgassen Sackgassen sind immer gut Ja, wir gehen erst in die Sackgasse Weil der andere Weg führt uns zu der Truhe anscheinend Boah Gib mir das Herz Gib mir das Herz Gib, da auch noch eins Ne, das Herz will ich auch haben Hier ist irgendwo eine goldene Skitula Oh man Warum komm ich da noch nicht dran Was das soll Mensch ey Ich wollte da dran Oh Guck mal Der voll ist freundliche Gesicht Und wir haulen ihn Na gut Würde er mit uns auch machen Denn das sind Lass mich in Ruhe Ich hab hier nichts getan Nur weil ich dich geschlagen hab Komm her und kämpf Drei gegen einen Feigling Mano Ihr kämpft wie ein Mann Pussy Nein, ne Werden wir uns nicht mitnehmen Weil das brauchen wir einfach nicht Oh Nö Ah Hilfe Mama Moment mal Wer hat hier seine Mama gerufen Ich mit Sicherheit nicht Hehehe 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 Haha, der war schuld Ich glaub Irgendwann können wir sogar trinken Dafür werden wir geheilt Oder? Ich will nicht wissen Wie so ein Irrlicht schmeckt Ja Oh Endlich Schöne Items Sind schön Vor allem sind wir dann auch hier Passt mit den Dungeons Fertig Hier schafft man es sogar in dem Part noch Wenn wir Glück haben Aber ich will vorher noch einen anderen Raum rein Nach oben Ihr wisst glaube ich welchen ich meine Ja Wir haben jetzt die Bomben Da steht Braucht man keine Bodonnerblumen Ist das geil Ist das geil oder ist das geil Ist das geil Ich find das richtig geil Ey Du darfst auch loslassen, Link Einmal dann in den einen Raum Wo wir diese zwei Skullforces Oder diese zwei Ex-Männer-Typen Da gekillt haben Will ich nochmal hin Wo wir was wegbomben konnten Wo die allerersten beiden Ne Und dann möchte ich gerne noch Zum Boss Eigentlich nur noch Nee Ist das ja auch nicht mehr Ach nee Muss ich dann wirklich Ich hoffe ich kann eine Abkürzung nehmen Die schneller rausführt Weil so wirklich Lust drauf Da nochmal so zu latschen Habe ich ehrlich gesagt Aber nicht So Ernsthaft Weil ich seh schon Ich bin gleich Meinen ganzen Bomben los Geht doch Ach ja Stimmt das ist nur Phenus Cotulla Aber ich glaub da unten Ist es kürzer Ja ich geh da unten Geht schneller Dann brauchen wir nicht Ich habe keinen Bock Auf die Fackeln Deswegen Machen wir es lieber so Ist verschmerzhaft Aber Hallo Wie viel sind hier überhaupt Drei vier Stück Du schaffst es Link Dankeschön Ich bin stolz auf dich Dann brauchen wir jetzt Da vorne gleich Nur noch die beiden Augen Zu aktivieren Wie es auf der Steintafel stand Und dann haben wir das auch schon geschafft Der Witz ist Früher habe ich mich immer Hier runterfallen lassen So Zählt er schon? Ja das zählt Find ich gut Und jetzt hier noch Ja das zählt Definitiv Und da öffnet sich ein neuer Weg Ähm Dann habe ich das damals immer so gemacht Runter gefallen lassen Und dann mal direkt hier so aktiviert Wie guck Das wäre eigentlich damals immer recht am einfachsten Ich wollte es euch nur mal gezeigt haben Und erzählt haben Ne Also viel kommt nicht mehr Äh Natürlich können wir noch nicht zum Boss Was sehr schade ist Ich wäre jetzt direkt gerne schon zum Boss gegangen Aber nein Wir müssen vorher noch was aktivieren Oh weh Dann dauert das ja doch noch ein Part Ey Kollege Maff Komm her Komm her Aua So Eigentlich auch ganz einfach Den Typen zu killen Gucken wir mal ob hier Umwurzig hinter was versteckt Ich glaube ich will gleich Schmerzen haben Doch nicht Habe ich aber nochmal schwein Will man die Gräber nicht nach vorne ziehen Oder fehlt da noch was Ne Okay Da können wir Nichts machen Ähm Waren das jetzt nochmal Ah ja Du war das Gut gemacht Idee Oh weia Ich erinnere mich Oh fuck Warum Problem Wir können hier nur mit Wow Das ist doch mal easy going Und da haben wir unsere ersten Bomben gefunden Mann sind die einfach Ich glaube ich hatte damals voll Die umständlichen Probleme mit Erstmal holen wir uns die Controller Würde ich sagen Ja doch Ich will erstmal die Controller haben Wenn ich hier irgendwie hochkomme Haha Äh Link Link Guck mal da Da kannst du Oh Oder auch nicht Ach du bist doch ne pingelige Sau Da oben ist Und ich komme natürlich dran Oh ist das gemein Komm her Das ist gemein Du mobst mich Ich hab Angst Ah geil Haha reinlegt Ich hab Angst Hilfe Mama Ein Geist um mich Er will mich hauen Hilfe Ich hab Angst Haha rein Hilfe Ich hab Angst Ich hab solche Angst Hilfe Geist Ein Geist Hilfe Ich hab Hilfe Hilfe Der Geist verarscht mich doch hier gerade Oder Zeig dich Ich hab keine Angst mehr vor dir Da du mich einfach nur verarschen bist Arschloch Ja Können wir vielleicht zum heilen gebrauchen So schlecht wie ich spiele Ähm Und Jetzt fragt man sich Wie kann Eine Kiste Da drunter passen Das frage ich mich Finde ich gerade auch Och nö Und die zwei werden für euer Untergang sorgen Boah Ja du bleibst schön da wo du bist Ist besser für dich Wow die haben mir mal Bomben hinterlassen Ja da oben komm ich leider nicht hin Hm Ich würde sagen wir fangen uns nächsten Part Die Fee Ich hab lieber meine Fee dabei So Hier ist meine Fee Und ich würde sagen wie es weitergeht Das wäre mein nächsten Part von The Legend Oh das Ehrlich hat uns einen Schaden gemacht Da sehen wir mal Auch ein Ehrlich kann uns Schaden machen Anstatt uns zu heilen Also es ist 50-50 Chance So wie es weitergeht das wir bei der nächsten Part Den By The Legend of Zelda Ocarina of Time Masterquiz Also dann Bis zum nächsten Mal Tschüss